Hallo und herzlich willkommen auf EPIC. Heute bei uns das Thermal Clip-on Device Jerry C. Stefan ist der Mann, wenn es um Thermalsichttechnik geht. Er hat euch ja bereits in mehreren Videos ausführlich das Ganze erklärt. Ich weise an dieser Stelle auch nochmal auf seinen Kanal hin, wo ihr nochmal einen Blick werfen solltet auf die Videos, die er da gemacht hat. Thermografie für Filmemacher ist nicht nur für Filmemacher interessant, sondern generell, wenn man sich mit dem Thema Thermalsichttechnik auseinandersetzen will. Die Videos sind unten in der Beschreibung nochmal verlinkt. Thermalsichttechnik. Ich habe euch vorgestellt, das Nachtsichtgerät von Acton Black, das DT-NVS, ein Restlichtverstärker. Thermal, Restlicht. Bringt man beides zusammen oder fusioniert man beides, hat man ein sogenanntes Fusion-Gerät. Und genau das ist es, worüber wir heute hier sprechen wollen. Wir starten mit dem Restlichtverstärker. Was macht der? Der verstärkt das Restlicht, wie der Name schon sagt. Das heißt, ich kann damit im Dunkeln sehen, solange ein Restlicht vorhanden ist. Wenn kein Restlicht vorhanden ist, schalte ich den IR-Strahler zu und schon habe ich wieder ein sogenanntes Restlicht durch den IR-Strahler und kann damit auch in kompletter Dunkelheit sehen. Jetzt habe ich aber vielleicht jemand, der auch bei Tag nicht zu sehen ist, weil er gut getarnt ist. Schaut euch unsere Phantom Leaf-Videos an. Da haben wir auch super Aufnahmen mit dem Nachtsichtgerät oder Restlichtverstärker. Wenn es bei Tag funktioniert, funktioniert es auch da. Wenn sowas hier ins Spiel kommt, hilft auch euch leider die beste Tarnung nichts. Denn wenn eine Wärmequelle vorhanden ist, euer Körper ist in der Regel warm, dann kann ich den damit aufdecken. Also auch das tolle Phantom Leaf-Tarnmuster wird euch, wenn der Gegner ein Thermalsichtgerät einsetzt, relativ wenig bringen. Thermalsichtgeräte erkennen Wärme und Kälte. Das heißt, wir haben unterschiedliche Abstufungen. Das kann jetzt nicht nur ein Körper sein, wie vom Mensch oder vom Tier, sondern zum Beispiel auch der Unterschied zwischen einem Stein oder einem Baum. Aber auch natürlich in der Natur generell unterschiedliche Abstufungen. Und das kann auch wieder von der Tageszeit und von der Temperatur, von der Jahreszeit abhängen. Also es sind sehr, sehr viele Faktoren, die damit reinspielen. Und genau deswegen ist ein reines Thermalsichtgerät auch nicht optimal für die Fortbewegung zum Beispiel. Das ist super zum Beobachten. Aber wenn ich damit laufe, kann es zum Beispiel sein, dass ich in einen Ast reinlaufe, weil ich den einfach nicht bemerkt habe. Weil der hat dieselbe Farbe wie die Umgebung. Der ist schwarz einfach. Und ich habe vielleicht hinten eine Abstufung von Bäumen oder sonst was. Aber diesen einen Ast, der mir dann in das andere Auge, wo ich nicht das Thermalsichtgerät habe, piekt, den habe ich damit nicht gesehen. Den würde ich wiederum hier mit sehen. Und genau deshalb gibt es diese sogenannten Fusion-Geräte oder Thermal-Clip-On-Devices wie die Jerry-C. Das ist nämlich ein Thermal-Clip-On. Das wird einfach hier mit dem Nachtsichtgerät verbunden. Und damit habe ich das Beste aus beiden Welten. Das Jerry-C-Clip-On-Thermal-Device wiegt gerade mal 115 Gramm mit einer CR123-Batterie. Ich habe auch optional die Möglichkeit, das mit einem Akku zu betreiben. Dazu ist eine Rohrverlängerung und ein Akku mit im Lieferumfang enthalten. Dann kommt das Gerät auf 147 Gramm Gewicht. Mit der C123-Batterie habt ihr eine Laufzeit von circa zwei Stunden. Mit dem Akku nochmal deutlich länger. Das Gerät arbeitet mit einem 640x512-Pixel-Sensor. Wir haben eine Bildrate von 50 Hertz und einen Pixel-Pitch von 12 Mikrometer. Das Seefeld beträgt 30,5 Grad. Wasserdicht ist es nach IP67. Wir haben hier das Jerry-C 5. Das heißt, das ist die große Variante in Anführungszeichen. Denn hier ist der große Sensor verbaut mit 640x512 Pixeln. Wie schon erwähnt, es gibt aber auch noch eine kleine Variante. Das ist dann die Jerry-C 2 mit einem 300er-Sensor. Ich spreche hier vom Sensor. Der Stefan hätte jetzt natürlich den passenden Fachbegriff genannt, den Mikropolometer. Hier habt ihr ja schon gesehen, haben wir den Jerry-C am DT-NWS von ActinBlack dran. Ihr müsst jetzt natürlich nicht unbedingt dieses Gerät kaufen, obwohl ich euch es wärmstens ans Herz legen kann. Die Niere ist schon, der OP-Termin für Nierenentnahme ist schon vorgesehen. Also meine Niere ist doch noch gut, Stefan. Also hat der Arzt gesagt, ja. Nee, Spaß beiseite. Also ihr könnt das auf das DT-NWS packen, aufs DT-NVG, aufs PVS-14, PVS-15, PVS-18, PVS-7, das MUM-14. Also alle gängigen Nachtsichtgeräte, die am Markt verfügbar sind. Denn die Montage ist wirklich super simpel. Hier ist einfach eine Klemm-Montage. Die wird einfach dann über den Ring hier vorne geschoben. Das ist eigentlich alles. Man hat hier auch noch eine Verstellmöglichkeit, indem man diese Geschichte hier ein bisschen auseinander dreht, um da den Ring von der Größe her auch noch ein bisschen zu variieren. Und damit kann ich dann wirklich dieses Thermal-Clip-On-Device auf allen gängigen Nachtsichtgeräten nutzen, was wir sehr, sehr cool finden. Vor allem, man ist dann auch nicht an das Gerät gebunden, sondern man ist auch nicht an die Montagemöglichkeit gebunden. Das heißt, ich kann es entweder links, rechts, oben, unten, also ganz egal, wie ich das verbauen will, kann ich das Gerät einsetzen. Besonders cool ist hier, dass der Sensor wirklich sehr, sehr klein ist, beziehungsweise er ist ja eigentlich groß von der Auflösung her, von der Pixelgröße, aber er ist hier natürlich am Gerät überhaupt nicht sichtbar. Das wirkt jetzt so, wenn man von außen das betrachtet, wirkt es so, als hätte man hier einen riesen Bollen vorm Objektiv und könnte dann gar nicht gut durchschauen. Aber das funktioniert erstaunlich gut, also nicht nur mit einem Dual-Nachtsichtgerät oder Rechtssichtverstärker, sondern auch mit einem Monogerät. Das heißt wirklich, wenn ich nur mit einem Auge durchschaue, man hat hier so ein Schemen, so einen leichten Schatten, der im Bild ist, also auch wenn das Thermalsichtgerät ausgeschaltet ist, stört das überhaupt nicht. Und wenn es einen doch wirklich stören sollte, ist es mit einem einfachen Clip hier vorne sehr, sehr schnell zu entfernen. Also das ist wirklich nochmal eine sehr gute und durchdachte Lösung, um hier schnell von Restlicht auf Fusion zu gehen. Um die beiden Geräte zusammenzubringen, schiebe ich das hier einfach auf, bis es klickt. Dann ist es eingerastet, kann dann auch nirgends wo mehr hin. Und zum Lösen habe ich hier vorne einen Kippschalter, da drücke ich einfach drauf und kann es wieder runterziehen. Wenn wir es schon mal abhaben, zeige ich euch einmal kurz noch, wie es aussieht, wenn ich mit dem Akku arbeite. Habe ich hier wie gesagt einen Akku mit dabei, den schiebe ich ein, habe dann hier die Verlängerung hinten dran und die wird dann einfach aufgeschraubt. Und auch dann ist das Gerät nicht viel größer und passt hier hin. Man muss nur das Bikini-Cover vom DT-NWS mal zur Seite schieben, das habe ich nämlich jetzt gerade hier im Weg. So, und dann hätte ich hier das komplette Gerät mit dem Akku mit verbaut. Und wie gesagt, das sind glaube ich 32 Gramm, wenn ich richtig gerechnet habe, mehr mit Akku. Von daher auch überhaupt kein Thema vom Gewicht. Der Jerry C kommt aus China. Das sieht man spätestens, wenn man das Gerät auspackt. Nicht von der Qualität, die ist nämlich sehr, sehr gut, sondern von der Bedienungsanleitung. Da habe ich nämlich hauptsächlich viele, viele chinesische Zeichen drauf, aber es ist auch, wenn man genau hinguckt, eine englische Beschreibung mit dabei. DITO ist es, wenn man das Gerät das erste Mal am Nachtsichtgerät oder restlich Verstärker montiert und einschaltet. Hier habt ihr auch, oder zumindest bei unserem Gerät war es so, hatten wir erstmal die Sprache chinesisch eingestellt. Kann man aber relativ einfach umstellen. In der Anleitung in Englisch steht auch wie. Ihr habt hier einen Knopf hinten am Gehäuse, auf den ihr einfach gedrückt haltet, kommt ihr ins Menü, könnt dann über den Einschaltknopf außen hier, also der einschaltknopf ist zum Drehen, aber da ist nochmal ein Pushbutton oben drauf. Wenn ihr da drauf drückt, könnt ihr durchs Menü schalten, könnt ihr das ruckzuck auf Englisch umstellen und dann ist natürlich alles schick. Ich muss aber dazu sagen, eigentlich hätte man es nicht gebraucht. Wenn man die Anleitung kennt und auch die Modi kennt, auf die wir jetzt gleich eingehen, kann das eigentlich auch auf chinesisch stehen bleiben, denn viel gibt es nicht umzuschalten. Man schaltet es ein, es kalibriert sich, man drückt einmal auf den Außenknopf, um die Modi umzuschalten und das war's. Mehr gibt es da nicht einzuschalten, einzustellen. Man kann hier noch ein bisschen in der Helligkeit regulieren, Kontrasteinstellung, aber ansonsten sehr, sehr fein, sehr, sehr simpel und ja, kiss, keep it, simple and stupid, finden wir sehr, sehr gut. Okay, wir haben jetzt das Gerät montiert, das heißt, jetzt geht es los mit der Benutzung. Ihr schaltet natürlich zuerst euren Restlichtverstärker bzw. Nachtsichtgerät ein, dann schaltet ihr den Jerry C ein. Dazu habt ihr hier an der Seite ein Drehrad, das wird einfach eingeschaltet, das hört ihr auch deutlich, dann macht das nämlich Klick und damit ist der Jerry C aktiv. Wenn ihr jetzt noch weiter dreht, könnt ihr hier nochmal die Helligkeit regulieren und habt dann hier nochmal zusätzlich die Möglichkeit, über einen Druckknopf über die Modis zu springen, der hier oben drauf ist. Der erste Modus, in dem das Gerät aktiv ist, ist White Hot. Das kennt man vom normalen Wärmebildgerät. Hier wird ein kompletter Körper dargestellt, wo die unterschiedlichen Körperregionen in unterschiedlichen Wärmekraden dargestellt werden. Also ihr seht hier die warmen Stellen, weiß, heiß, white, hot und die etwas kälteren Stellen sind hier eher dunkel in Grau- und Schwarztönen. Die Besonderheit ist jetzt aber hier beim normalen Wärmebildgerät, habt ihr das komplette Bild natürlich so eingefärbt. Hier habt ihr jetzt nur den Körper der Person oder des Tieres oder was auch immer, da die Temperatur hat, entsprechend in der Temperatur angezeigt und alles andere seht ihr mit dem Nachtsichtgerät. Wenn ihr jetzt nochmal drückt, habt ihr den nächsten Modus. Das ist der sogenannte Highlight-Modus. Hier seht ihr eigentlich nur die Teile, die warm sind, nochmal deutlich hervorgehoben. Also sprich, man hat jetzt hier die eigentlichen kälteren Körperumrisse, sind jetzt hier ein bisschen in den Hintergrund gestellt und die warmen Elemente hervorgehoben. Jetzt kommen wir zum dritten Modus. Das ist meiner Meinung nach der coolste Modus gerade in dieser Kombination. Das ist der Outline-Modus. Das ändert ein bisschen an Strichmännchen, aber tatsächlich wird hier einfach der Umriss von einem Körper dargestellt. So ein bisschen Comic-Style, aber das ist natürlich extrem geil, gerade in Verbindung dann mit dem Restlichtverstärker, um natürlich damit die Umgebung sehr, sehr gut zu sehen, aber auch die warmen Körper einfach. Was habt ihr noch so mit dabei, außer den Batterien, die wir schon erwähnt haben? Natürlich den Adapter für den Akku, Akku selbst, eine kleine Transportbox. Die ist natürlich ganz cool, wenn ihr unterwegs seid. Die könnt ihr einfach mitführen und das ganze System kommt hier in dem großen Koffer. Da ist dann auch nochmal zusätzlich ein Akkuladegerät mit dabei. Natürlich auch die Halterung, die ist ja hier schon am DT-NVS verbaut. Ich nehme sie einmal ab, dass ihr die nochmal sehen könnt. Das ist gar nicht so einfach so. Da ist so der Ring, Thermalsichtgerät und die entsprechenden Zubehörteile. Kommen wir zur Anwendung. Zum Jagdlichen kann ich persönlich jetzt nicht so viel sagen. Ich bin ja kein Jäger, das wäre jetzt dem Stefan sein Part gewesen. Der sitzt aber gerade hinter der Kamera, aber der hat mich natürlich auch schon entsprechend ein bisschen gebrieft, um da nicht jetzt ganz so blöd dazustehen. Für die jagdliche Anwendung ist ja bereits jetzt Jagd mit Nachtsichtgerät oder Thermalsichtgeräten erlaubt. Hat er ja, haben wir auch schon in einem Video entsprechend so deklariert und gezeigt. Unten auch nochmal der Link dazu entsprechend. Und das wäre natürlich jetzt auch nochmal eine Möglichkeit, um hier auch mit einem Gerät am Kopf entsprechend perfekt beobachten zu können. Hier hat man jetzt einfach die Möglichkeit, mit dem Nachtsichtgerät die Umgebung sehr, sehr gut zu sehen und mit dem Thermalsichtgerät dann entsprechend die warmen Körper. Das kann ich mir jetzt zum Beispiel als Nichtjäger, hätte ich jetzt mal gesagt, wenn ich jetzt ein Jäger wäre, würde ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen, ich bin auf dem Weg ins Revier und kann dann beim Laufen schon mal ausmachen, ob irgendwo irgendwas in der Nähe unterwegs ist. Das ist, denke ich, auch ganz interessant, um die Sicherheit nach oben zu bringen. Das heißt, ich habe vielleicht einen Spaziergänger oder hier die allseits beliebten Feinde aller Jäger, die Katzen, die irgendwo herumstreunern oder einen Hund oder was weiß ich was, was halt eben nicht gejagt werden darf. Dafür kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und natürlich dann im Ansitz auch zur Beobachtung. Ihr habt eine Niere, eine Leber oder sonstige Körperteile abzugeben oder aber einfach zu viel Geld, dann schaut mal bei Andres Defense vorbei. Da gibt es aktuell ein Spezialangebot, wenn ihr das DT-NWS in Maximalausstattung kauft, kriegt ihr einen Jerry-C obendrauf for free. Sehr, sehr coole Aktion. Ansonsten könnt ihr natürlich das Jerry-C auch separat erwerben. Das ist, denke ich, auch unser Fazit. Wenn ihr als Jäger bereits ein Nachtsichtgerät besitzt, ist es der nächste konsequente Schritt, um noch besser im Dunkeln bzw. bei Nacht agieren zu können. Ihr habt ein Thermalklip-on-Gerät, was ihr auf das Nachtsichtgerät packen könnt und dann entsprechend beide Welten abgedeckt. Weitere Informationen zum Jerry-C findet ihr auf der Webseite von Andres Defense. Der Link ist unten eingeblendet. Dort könnt ihr das Gerät auch erwerben. Was haltet ihr von dem Gerät? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir finden, Fusion ist der letzte Schrei. Thermal und Nachtsicht geben euch die optimale Beobachtungsmöglichkeiten. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo und die Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Weitere Informationen Weitere battagen Weitere Informationen Untertitelung des ZDF, 2020